Tolle Trading-Gelegenheiten, die gibt es natürlich immer wieder in den unterschiedlichsten Märkten, auf den unterschiedlichsten Zeitebenen, da ist eigentlich keine Mangelware. Man muss sie natürlich immer nur finden. Eine, die wir gerade sehen, das ist das bei Crude Oil oder WTI, WTI sagen einige dazu. Das ist sicherlich eine Geschichte, die ich nicht ganz doof finde. Zumindest mal sieht es so aus, als ob wir eine starke Abwärtsbewegung haben, was klar Wackeliges in diese Richtung und eigentlich die Voraussetzungen gut sind, dass der Kurs nochmal wieder weiter nach unten geht. Ob das dann nur bis hier hin läuft, das ist tatsächlich ein übersichtliches Chance-Risiko-Verhältnis oder ob der Markt dann noch richtig weit läuft. Denn die Aufwärtsbewegung ist ja noch nicht so der richtige Burner bisher gewesen. Ja, es ging nach oben, aber mit vielen Rücksetzern, mit vielen Kursüberschneidungen, egal welche man jetzt hier miteinander in Bezug setzt, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es vielleicht nach oben, so ähnlich wie hier angedeutet, so langsam, aber sicher doch schon austrocknet. Na gut, lassen wir das Ganze mal auf uns wirken. Solche Situationen wie diese hier in Rohöl, in diesem Moment hier, die gibt es natürlich häufig. Bei Gold zum Beispiel gab es die im 15-Minuten-Schadenschub hoch, wackelig nach unten und die Mindestvoraussetzung ist ja für diese Idee dann, dass es zumindest das, was man vorne hat, anschließend hinten nochmal kommt. Das ist also mal so ungefähr diese 1-zu-1-Projektion, über die wir ja immer wieder sprechen. Also dafür müssen wir eigentlich nur auseinanderhalten können, was ist die scharfe Bewegung, was ist die wackelige Bewegung und je unterschiedlicher die sind, je weniger die Verwechslungs- oder je kleiner die Verwechslungsgefahr, desto wahrscheinlicher ist es, dass man das Ganze entsprechend auch nutzen kann. Gold haben wir uns heute auch ausgesucht für den Trade des Tages. Allerdings zielen wir hier auf einen anderen Trade, der ist ja jetzt hier schon Geschichte. Wenn ihr also Spaß und Lust habt, da mehr zu erfahren, dann meldet euch an für den Trade des Tages und bekommt unseren Gold-Trade für heute, dass ihr eine Idee habt, wie wir in dieser Situation, also die wir da beschreiben, dann entsprechend umgehen. Wir haben unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken da genannt. Aber lasst uns nochmal einen Blick werfen auf den Markt, an die Wall Street. Da sehen wir, dass im Moment noch nicht so richtig klar ist, wohin das Ganze geht. Auch hier würde ich eher sogar noch sagen, auch wenn hier noch eine alte Zeichnung drin ist, die Abwärtsseite, ja, hier sieht man noch eine alte Geschichte, Schub nach unten, wackelig nach oben, naja klar, und dann die Fortsetzung eben nach unten. Wir haben drüber gesprochen und dann, wenn die Kurse mit starken Überschneidungen sind, dann ist dann irgendwann auch das Ende hier jetzt wackelig nach oben. Oje, das ist doch vielleicht sogar eine Chance, dass wir jetzt hier in der Aufwärtskorrektur sind und also nochmal die Abwärtsbewegung kommt. Also behaltet das mal im Auge, vielleicht wird euch das heute Nachmittag ja noch ein paar Mal begegnen, dieses Kursmuster. Egal ob im 5-Minuten-Chart, im großen Chart, im ganz großen Chart, das Prinzip ist natürlich immer wieder das Gleiche. Aktuell steigen sie noch die Notierungen und deshalb ist noch nicht jetzt im Moment von der Short-Situation auszugehen oder davon auszugehen, aber wenn ich mal die Abwärts- und die Aufwärtsbewegung miteinander vergleiche, muss ich sagen, dass ich zumindest beim Dow Jones und beim S&P 500, ja, die Aufwärtsseite noch nicht so richtig toll finde. Naja, aber solange wir nach unten nichts triggern, muss man ja auch noch nicht Short gehen, solange bleibt man eben auf der Long-Seite. Na gut, also ihr seht, der Nasdaq, der ist ein bisschen anders. Damit es vergleichbar ist, gehen wir hier mal auf eine ähnliche Zeitebene, damit das einigermaßen so erkennbar ist. Auch hier haben wir den Schub nach unten, das wackelige Bild nach oben. Ein möglicher Trigger wäre diese Marke. Die ist natürlich noch ein gutes Stück entfernt, aber wäre zumindest mal eine Möglichkeit, vielleicht dann doch noch auf die Short-Seite aufzuspringen. Wer solche Sachen auch Intraday immer wieder mal mitbekommen möchte, der ist vielleicht bei Born for Trading ganz gut aufgehoben. Dort stellen wir viele, viele Trading-Situationen vor. Auch Intraday natürlich auch mal übergeordnet. Also wer mag, der meldet sich dafür an und bekommt dann unsere Nachrichten aufs Smartphone geschickt mit unseren Ideen, was wir auch immer im Moment sehen, was im Moment vielleicht besonders toll ist. Wir beantworten da Fragen, gehen auf allerlei mögliche Techniken ein. Also was immer euch da in den Sinn kommt, Fragen stellen geht immer. So, in diesem Sinn euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz, ganz liebe Grüße, viel Erfolg an den Märkten. Bis bald.